Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wo du Drachmen verdienst und ich Drachmen verdiene? Diese Art Partnerschaft? Ganz genau. Gleiche Arbeit, gleicher Lohn. An was genau hast du gedacht? Ich mache Bögen aus seltenen Materialien. Ich wurde beauftragt, einen aus hochwertigen Fangzähnen zu fertigen. Je einer von einem Luchs, einer Löwin und einem Hai. Ich könnte dir auch einen fertigen, wenn du mir hilfst. Ich besorge dir die Zähne, wenn du mir sagst, wo ich sie finde. Aber Haie haben keine Fangzähne. Das ist Wortglauberei. Fangzahnbogen klingt einfach besser. Nun, du hattest noch Fragen? Wenn du einen Luchszahn willst, sag mir, wo ich hin soll. Natürlich. Luchse leben nördlich des verlorenen minoischen Schreins in Zeus' Kinderstube. Aber pass auf, die sind wild. Eine Löwin. Auf Kreta. Wie der Zufall es will, wird eine für einen reichen Mann auf der Straße von Festos zur Stadt Gortin transportiert. Wo finde ich in dieser Gegend Haie? Vielleicht hast du schon mal vom Ozean gehört? Die Oktopusbucht. In der Oktopusbucht, da wimmelt es von den Viechern. Ich besorge sie für dich. Hab Dank, Söldner. Ich besorge sie für dich. Hab Dank, Söldner. Wir passen die Wachen sicher gut. Wir passen die Wachen sicher gut. Ich versuche sie für dich. Gott, Nathie, bleib hier! Nathie, bleib hier! Gott, 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 Nathie, bleib hier! Das war's für heute. 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 Ja! 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 Das Gebiet wird gut bewacht. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich habe alle Zähne, die ich brauche. Jetzt zurück zu diesem Bogner. Ich habe alle Zähne, die ich brauche. Ich habe alle Zähne, die ich brauche. Ich habe die Zähne, wenn du bereit bist, einen angemessenen Preis zu zahlen. Natürlich. Ich kenne den Wert guter Zähne. Wäre ein eigener Bogen aus Fangzähnen ein angemessener Preis? Er hätte wirklich Biss. Ist gut. Ein Bogen, der Apollon würdig wäre. Ich habe alle Zähne, die ich brauche. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020